Das Leung Museum ist ein Kunstasyl. Es ist im Prinzip ein Ort, wo gleichzeitig Kunst geschaffen wird und ausgestellt wird. Sehr authentische Kunst ist geschaffen von Menschen mit psychischen Erkrankungen. In meinen Augen haben genau diese Menschen ein extrem kreatives, schöpferisches Potenzial. Sie sehen Dinge oder erleben Dinge, die wir gar nicht kennen und der Zugang zur Kreativität ist ein ganz anderer. Und das zeigt sich hier an diesem Ort immer jeden Tag aufs Neue. Im Leung Museum geht es vor allem darum, dass Menschen, die psychische Erkrankungen haben, vor allem auch chronische Erkrankungen haben, eigentlich wegkommen von dieser zentralen Identität. Ich bin jetzt psychisch krank, sondern dass sie wie entdecken, ich bin Künstler, ich bin Künstlerin, ich mag zwar eine psychische Erkrankung haben, aber in erster Linie bin ich auch Künstler. Das ist Apollo und das ist seine Schwester Artemis. Apollo ist der Gott der Sonne und Artemis ist eine Göttin des Mondes und der Jagd. Und ich versuche in meinen Bildern immer so irgendwelche Gegenstände, spirituell, Mythologie, reinzubringen. Also hier kann man kreativ sein und man kann hier so sein, wie man will. Und vor allem kann man hier sehr viel machen, ressourcenmässig haben wir hier sehr viel. Und zum Beispiel dieses Bild, das ist drei Meter mal etwa ein Meter fünfzig. Das hätte ich sonst nie machen können können. Das ist ein Traumfänger. Der ist entstanden, ich dachte immer so ein Velorad, das würde irgendwie so an einem Baum hängen, das würde total passen. Und ich dachte zuerst ganz einfach, ja eben in einen Ring speichern schnell. Und dann bin ich mehr und mehr reingekommen und habe gemerkt, da liegt viel mehr drin. Wir wollen nicht unbedingt die Menschen mit psychischen Erkrankungen in die Gesellschaft integrieren, weil sie da ja irgendwie auch nicht klar gekommen sind, sondern umgekehrt. Die Gesellschaft muss sich im Living Museum integrieren und von innen heraus heil werden. Das ist ein sehr radikaler Gedanke, weil wir davon ausgehen, dass es eigentlich die Gesellschaft ist, die Heilung braucht. Dann gibt es das fear. Dass es das Gold hat ausgehen, kann man um keine жд oldsintauchen, dass es um uns gegriffen würde. Tim ist das Gedanke, wo er gehört hat. Vielen Dank.